glück auf und vorgang auf zu den chronik einer stadt und neuen abenteuern aus hunskrab und wir sind immer noch am strand von nord am ei und es wird gerade dunkel da habe ich auch nichts dabei und wir werden schlafen gehen das haben wir in der letzten folge gebaut zusammen ihr und ich und da machen wir jetzt weiter wir werden nämlich jetzt erstmal überall die säulen und wir haben hier glaube ich einen fehler drinnen wir müssen das nämlich alles ersetzen hier durch richtig normalen sandstein hier muss überall normaler sandstein hin und die sollen müssen dann raus okay das kriegen wir hin gleich in der nächsten folge also gleich nachdem wir geschlafen haben wollte ich sagen gute nacht lecker kaffee und sogar warm ja wir wollen mal schauen dass wir das hier alles jetzt so machen wie da wieder also müssten wir die theoretisch bis auf die höhe ziehen dann müssen wir über den zwischenstück hin machen richtig richtig machen uns einmal eine kleine esels brücke so also die ziehen wir überall so hoch zack hier auch so zack zack und hier die können wir schon mal ein auf jeden fall höher ziehen ja und hier sind wir dann schon wieder am eimer im eimer sozusagen so hoch müssen die alle werden und die müssen vor allen dingen ja das kriegen wir hin passt auf wir machen die jetzt hier überall raus zack und jetzt gehen wir hier wieder mit denen hoch das ist eine gute vorgehensweise glaube ich und hier war noch ein drauf und die dran dass wir die höhe haben das hieße sogar so na so ist richtig kurz gucken ja können wir hier über noch einen drauf machen und dann können wir da ganz rum gehen das ist sehr schön so ist die richtige höhe hier kommt dann auch noch einer drauf und hier natürlich die beiden dran wenn wir das nächste mal runter gehen müssen unbedingt dran denken dass wir da dass wir wir müssen daran denken entschuldigung freunde wir müssen daran denken dass wir dann na ihr wisst schon steine nach machen sonst kommen nämlich gar nicht hin wir können jetzt hier eins in eins durchziehen tatsächlich aber wir müssen steine nach produzieren so lassen wir das da machen wir dann vielleicht noch ein fenster rüber oder so dann müssen wir mal gucken wie das genau machen so hier wäre es dann so und so dann hier der wieder hin und dann können wir hier schon wieder rüber gehen mit den roten sandsteinen mit dem schönen roten sandstein aus dem leben wie oben extra her gefördert so okay wir gehen jetzt gerade runter und wir wollten ja uns ja noch steine nachmachen damit wir hinkommen die brauchen wir auf jeden fall da haben wir auch noch von wir holen uns noch steinen freunde wir holen uns noch steinen das hier reißen wir wieder ab zack zack und dann machen wir erstmal die außen fassade ja es wird also doch etwas okay dann macht das den hier da müssen wir wahrscheinlich dann hier ein wegnehmen so hier unten ist noch ein zielstein drin okay daran kann es natürlich liegen man könnte es aber auch so machen dass man hier überall dann so ein einzel pröppel hin macht so und da dann die säulen drauf setzt sozusagen und hier müssen wir es noch durchziehen okay kriegen wir alles hin na klar wir sind doch wir haben riesige männliche gehirne und wir kriegen das alles hin vielleicht setzen wir da sogar noch so eine abstufung rein in die fenster mit der schicke aussieht und sich oben wieder findet und dahinten steht die krumpel oma am automaten und du wirst du warst doch gestern schon da oder vorgestern ja was wetter wird gut das wetter wird gut es gibt kein regen mein güter okay wir nehmen uns hier von noch mal ein stack mit und wir machen uns hier von noch mal haben wir noch zielsteine eigentlich da ne da machen wir uns noch mal welche von nehmen uns hier auch noch mal zwei stacks mit so an die werkbank des strandwächters hurra so zack packen dazu und hieraus machen uns jetzt schön noch mal zielsteine ja gaben gemeißelter sandstein heißt der ich weiß gemeißelter sandstein vielleicht könnte man das oben auch dass man diese kante einfach weglässt dass man es oben in eins durchzieht wäre natürlich möglich na die die na ich weiß noch nicht wie schon gesagt man kann es immer nie genau sagen okay hier käme ein normaler rein hatten wir gesagt werden mit zweimal gemeißeln das ist falsch so zack der normale und hier käme dann auch normaler hin ja auch normaler hin okay gehen wir mal hoch wir machen aber erstmal den äußeren ring stopp und gleich wieder zurück den haben wir gerade rausgekloppt und warum mache ich das immer alles so kompliziert und das lied ist viel zu laut ich weiß gar nicht wie oft ich das schon weggedrückt habe dieses lied ach ja schön so eine baustelle ist doch was feines so okay kommen wir daran ja müssten wir eigentlich wenn ich gehen wir halt so rüber ist auch nicht das problem und mache es dann halt so daran soll es nicht altern hier muss dann wieder ein normaler stein rein das müssen wir wieder ändern so hier kommt dann wieder so und so normal und hier fängt würde dann wieder der zierstein anfangen und hier der zierstein machen jetzt einfach mal gleich so und schaut mal wie schön dieser see hinten ist der geht hier noch so ein bisschen rum bis da man sieht das hier so ein bisschen durch die bäume blitzen sondern so ein halbmondsee da schön total schön so nebenbei bin ich immer noch am überlegen wie ich das hier genau gestaltet aber da braucht euch keine gedanken um machen so wir ziehen das bis oben hin natürlich dann auch hier diese ziersteine abreißen können wir immer noch da sind wir ja besonders gut drin im abreißen so jetzt gehen wir hier mal rum ja ich wollte euch ein bisschen was über den bürgermeister erzählen mal sehen ob ich das hinkriege ah quatsch hier gleichzeitig zu bauen und die geschichte der emeraldischen bürgermeister so ein bisschen zu beleuchten die ist nämlich sehr ja ich hatte schon erzählt dass bürgermeister in emeraldien sehr angesehen sind und das ist da einige sehr 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 berühmte bürgermeister auch gibt berühmte bürgermeister gibt und einer der berühmtesten ist ich komme jetzt gar nicht mehr auf den namen das ist ja doof auf jeden fall nannten sie ihn den glücklichen sie nannten ihn den glücklichen weil er immer bei allem was er machte eigentlich erfolg hatte und viele seiner neider sagten natürlich dann diese das kann ja alles gar nicht normal sein der hat einfach unglaublich viel glück dieser kerl so viel so gut kann keiner sein er war nämlich damals als junger student in die diamantia war damals noch die hauptstadt ihr wisst früher war die hauptstadt da war er nämlich schon unglaublich gut in allen in allem was er tat war er unglaublich gut er war in allen war der beste in mathe er war der beste in physik er war der beste in sternkunde und so überall hatte er nur die besten noten und alle anderen studenten in diamantia die macht man's ja beneideten ihn für seine ja für das was er so wusste und konnte jede prüfung bestand er nicht nur als klassenbester nicht nur als schulbester sondern als landesbester also von ganz emeraldien er war überall der beste und ja sie nannten einfach immer nur den glücklichen den glücklichen fachid und normal mit dem namen fachid ich bin jetzt gerade wieder auf den namen gekommen ja kann ja mal passieren dass man nicht gleich auf den namen kommt sondern erst nach einer ganzen weile mit dem namen fachid hätte eigentlich kamelhändler werden sollen aber ist er nicht er ist tatsächlich ein hochgelehrter geworden und hatte aber schon immer wusste schon immer genau was er wollte nämlich bürgermeister das bürgermeisteramt war etwas was er angestrebt hat weil sein vater war ein bürgermeister und war dabei mittelmäßig erfolgreich und alle sagten immer nur ja es schon war schon guter bürgermeister eigentlich hat sich zumindest immer bemüht aber der alte bürgermeister war viel besser und bla 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 und da wusste fachid schon als kleiner fachid dass er kein kamelhändler wird sondern auf jeden fall das amt eines bürgermeisters anstreben will und ist dann auch gleich auf die passenden schulen gegangen hat sich die passenden fächer ausgesucht damit er später einmal bürgermeister werden können obwohl seine lehrer alle gesagt haben mensch mit dem wissen was du hast da könntest du auch hochgelehrter berater des kalifen werden oder sonst was und er sagt immer nein 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 ich habe meinen vater am sterbebett versprochen dass ich das machen werde was er einst getan hat nur noch viel besser da war der vater bestimmt begeistert von der hat bestimmt gesagt oh ja klasse mein sohn wird viel besser als ich was war ich ihm nur für ein gutes vorbild aber so war fachid da hat er das hat er nicht so so ernst genommen und was er angestrebt hat das hat er auch immer geschafft und dabei sollte es auch bleiben ja so ging er zum kalifen als er ausstudiert hatte und er sagte auch mensch fachid du bist so ein großer mann geworden du hast alle fächer als bester abgeschlossen es müssen sogar neue richtlinien auf den universitäten jetzt geschaffen werden nämlich die note die note 1 minus 1 eigentlich 1 wenn man hatte 1 plus 1 plus 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 und dann musste man einfach nicht schon in den minus bereich gehen und 1 fachid nannten sie dann später die note 1 fachid ist also noch mal die 1 mit 35 plus dahinter die wurde erschaffen die wurde aber nie wieder erreicht das heißt die 1 fachid hat immer nur fachid selber erreicht ja hört sich komisch an ist es aber nicht das ist gar nicht witzig vor allen dingen für die studenten die so studieren in emeraldien weil die lehrer immer sagen ja vielleicht erreichst du ja meine 1 fachid und dann sagen alle naja klar 1 fachid die kann man ja nicht erreichen ja alle schulbücher müssen umgeschrieben werden wegen dir sagte der kalif und warum willst du nicht eigentlich immer noch bürgermeister werden und er sagt und er sagte naja weil mein vater bürgermeister war und alle sagten immer dass er ein mittelmäßiger bürgermeister war und das soll dann ich will meine familienehre wieder herstellen und den namen fachid al-chalam einfach wieder zu einem großen namen werden lassen ja ich trinke mal einen schluck kaffee so eine geschichte ist gar nicht so einfach ohne kaffee und fast unmöglich fachid al-chalam der name soll in allen geschichtsbüchern stehen als der größte bürgermeister aller zeiten und damit hätte er die familienehre seines vaters wieder hergestellt und das ist sein höchstes anstreben alles andere wäre ihm nicht so wichtig gut sagte der kalif dann könnte ich dir natürlich jetzt im grunde das bürgermeisteramt sofort für diamantia überlassen aber ich habe einen guten bürgermeister in diamantia und da dieser auch nicht über alles entscheiden darf weil ich ja der kalif bin und sowieso über alles bin der ober unterdrücker und darf über alles unterscheiden vor allen dingen entscheiden da gebe ich dir doch lieber ein amt was auch schwer ist du hast dich immer an den schwersten aufgaben am meisten gelabt gelabt in deiner studentenzeit und so soll es auch diesmal die schwerste aufgabe geben die man einem bürgermeister überhaupt geben kann nämlich es gibt ein kleines dorf ein kleines fischerdorf nur leider gibt es dort schon lange keine fische mehr in den seen und naja es gibt schon fische aber sie sind genau wie dein vater mittelmaß da beilte farid schon seine faust aber er würde sie natürlich niemals gegen den kalifen erheben und deshalb sagt er erstmal nichts und hörte sich an was der kalif weiter zu sagen hatte ein kleines fischerdorf was so mittelmäßig ist wie dein vater es immer gewesen war sie haben sie haben zwar einen hafen und haben auch fische und angeln auch natürlich klar also sie fischen sie angeln fischer angeln ja nicht die fischen mit netzen natürlich aber es gibt nichts besonderes in diesem ort absolut gar nichts und das größte problem dieses kleinen ortes ist dass sie sich einfach nicht aus dem aus dem aus der durchschnittlichkeit erheben können kann man sich ja vorstellen so ein kleiner so ein kleines fischerdorf wo alles nur mittelmaß ist die können sich nicht aus der durchschnittlichkeit erheben und deshalb sind sie auch nur mittelmäßig wohlhabend mittelmäßig glücklich wahrscheinlich auch in dem fall arg und diesdorf will ich dir überreicht mit der aufgabe aus diesem kleinen mittelmäßigen ort etwas ganz besonderes zu machen und farid sagte nun ja gut eine schwere aufgabe natürlich aber wie immer werde ich sie meistern er war schon sehr selbstbewusst der gute war schon ziemlich selbstbewusst der gute farid aber naja so war er nun mal und so zog er eines tages dann nachdem er das offiziell bestätigt kriegt hat mit mit urkunden und sowas zog er los in das kleine fischerdorf ja und was ihm geschehen ist und wie die geschichte weitergeht das erzähle ich dann beim nächsten mal wir sind nämlich fast einmal rum wir sind fast einmal rum ich muss mir das nicht überlegen ich kenne die geschichte aber ich will euch noch ein wenig auf die folter spannen wie das weitergeht mit dem fischerdorf und da ich das sowieso in einer in dieser aufnahme mache lasse ich das jetzt mal so wisst ihr wieso wie so ein klippenhänger sagt man ja auch bei uns sagt man in der meralien sagt man klippenhänger wenn man eine geschichte einfach mal so offen stehen lässt und euch da schmoren lässt bis zur nächsten wunderschönen wahrscheinlich vielleicht wunderschönen aufnahme folge hier aus dem vom strand von nord am ei das komme ich schon selber durcheinander mit dem ganzen käse gleich werden wir mal gucken ob wir jetzt alles richtig gemacht haben obwohl wir eine geschichte nebenbei erzählt haben manchmal geht das besser manchmal geht das sogar besser als wenn man sich konzentriert ja schauen wir mal ob wir schon durch sind mit der ganzen geschichte also die geschichte geht weiter in dem moment wo fachit dann an den strand kommt okay guck mal wir müssen zum beispiel überall schon mal wieder zwei weg nehmen zumindest hier vorne müssen überall zwei weg und da müssen normale drauf okay alles klar das kriegen wir hin normal normal und hier auch noch mal normal ich erzähle dann in der nächsten folge selber aufnahme die geschichte weiter könnt ihr glauben so und hier außen kommen natürlich dann keine hin aber hier und da müssen wir jetzt mal unsere äh äh federfallstiefel ein wenig belasten ouch haben wir überhaupt noch an ja sieht doch alles noch ganz heiler aus ne haben wir auch alles erst repariert das ist ganz gut jetzt ist sozusagen bauprüfung ob was wir hier alles falsch gemacht haben hier müssen wir hoch so und zack zack ich glaube so viel ist es gar nicht was wir hier verkehrt gemacht haben hier haben wir überall unten den stein auf jeden fall eingesetzt das sieht alles gut aus so und dann müssen wir hinten noch den weg zur terrasse form im grunde sieht das schon mal alles ganz gut aus wir müssten jetzt hier überall noch die sollen natürlich dann hoch ziehen die frage ist natürlich jetzt machen wir dann ich gehe nochmal runter moment ouch so wird das ja aussehen dann hätten wir überall so kleine abteilungen ne ich frage wäre natürlich mal wie machen wir das da oben lassen wir das so ich glaube das sieht schon gar nicht so schlecht aus gar nicht so einfach aber ein schluck kaffee hilft mir wieder auf die sprünge könnten sagen hier vorne die sollen die müssen ja auch noch gemacht werden ne dann müssen wir die hier aber auch überall noch einrauss setzen theoretisch um dieses muster zu wahren arg wisst ihr oder lassen die vorne können wir die ja ruhig so lassen ne vorne können wir die ruhig so lassen hier machen wir auf jeden fall dann wieder unsere erdprömpel hin hier für die kleine dacht für die kleine vor terrasse so genau und da oben ist dann so ein kranz rum das müssen wir uns echt noch mal genau durch den kopf gehen lassen passt mal auf können das ja hier schon mal so machen dass wir sagen eins zwei drei haben wir dann ne dann hier zwei von dem prömpeln drauf und einen und dann hier ein und hier zwei war richtig ne einen nur quatsch was sag ich denn sag ich denn ja doch da habe ich es richtig gemacht hier habe ich es falsch gemacht verdammt ja jetzt seid ihr alle gerade am klippenhänger gefangen sozusagen hier würde ich das dann auch so machen passt das denn hier dann überhaupt haben wir noch stufen äh moment moment freunde brauchen wir noch ein paar stufen nehmen wir hier gleich mal diese 33 egal wir brauchen eh noch sehr sehr viele stufen ei 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 okay hätten wir dann hier so ne zack und zack und hier so zack und zack und dann wäre einer zwischen frei da könnte man aber sehr schön hier einen sandstein zwischen machen so da hätten wir nämlich immer das zeichen des drei elmlandes da könnte man dann eine lampe dranhängen zum beispiel okay das passt also auch das ist total falsch hier weil hier kommt natürlich nur ein prömpel hin und dann kommen zweimal die stufen und dann haben wir hier schon abgeschlossen so zack zack und hier auch haben wir hier diesen bogen und hier den bogen mit dem teil sehr schön hier kämen wir dann auch ja haben wir noch 51 da alles ist gut ist unglaublich gut wenn man sich das eine fach sogar noch freilässt das merke ich gerade äh noch einer drauf dann zwei hiervon eins zwei einer oben dran dann kommen wir auch hier hin glaube ich naja nicht ganz aber hier kommt ja schon mal dann eine stufe auf jeden fall ran so zack dann kommen wir auch nämlich auch hier hin eins zwei drei eins zwei einer oben dran wunderbar äh ja ist alles richtig ist alles richtig nicht verwirren lassen von sich selbst so na und hier das gleiche wie drüben halt auch wieder das äh quatsch doch einer dran so und so dann hier die beiden stufen dran arg arg sagte der man so zack und hier auch nochmal und hier dann wieder ein äh verziert inzwischen damit wir dann wieder hier die schöne muster haben gucken wir mal von außen wie das aussieht wunderbar die sonne geht gleich unter wir machen noch ein bisschen länger das heißt wir können noch eine Säule können wir noch machen mhm ja eine können wir noch machen denn dann sind wir wieder voll im rhythmus sozusagen der rhythmus wo jeder mit mit muss eins zwei dann wow fast fast runter gefallen hier und dort und auch dort kommen diese dinger dran da drüben kommt der dran und dann können wir hier schon mal wieder eine stufe machen hier eine stufe und hier kommt ein verziert dazwischen mensch wir werden richtig schnell merkt ihr das wir sind so unglaublich schnell hops und hops und dann gehen wir runter setzen hier noch einen hin und dann haben wir keine mehr aber wir müssen eh noch welche machen in der nächsten folge müssen wir dann erst wieder schon wieder äh material nachschub holen tatsächlich so machen wir gleich mal zwei dann müssen wir schon wieder material nachschub holen sonst kommen wir hier nicht zurande und so und ja wunderbar und ja genau hier muss noch die stufen runter dann haben wir schon wieder die nächste abteilung abgeschlossen und hier außen natürlich nochmal das gleiche kriegen wir das noch hin in der kürze der zeit es ist schon verdammt dunkel ich weiß ähm oh ups was war das hä hm eins zwei eins zwei naja kriegen wir nicht ganz hin aber wir können zumindest schon mal das können wir dann auch von unten machen so und so jetzt gehen wir schnell schlafen morgen geht es dann weiter hier in hundsgrab ähm bei dem wunderschönen strandcafé und dann geht es auch weiter mit der geschichte wie versprochen also einschalten nicht vergessen gehabt euch wohl spiel tapfer weiter mein kraft und auf wieder gesehen bis zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten